Fangen wir gerade mal hoch Jo, neue Rakete Tuck, 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 tuck Oder müssen wir von hier aus irgendwo hinfliegen? Nein, muss man nicht Total sinnlos. Können die mal aufhören mit ihrer Schießerei. Die sind echt so nervig, die Viecher. Die kackgrünen Augen. Nur ungezieht, war ja. Mach du splatt. Next one. Ich find das eigentlich voll traurig, wie wir die hier so auf dem Rücken gehen und so am rumschreien sind. So, dann müssen wir jetzt nach Elben. Nach Elben. Ich nimm mir noch so ein Ding mit. Kann man nie genug von haben. Ne. Hm, war hier vorne noch was drauf? Nein. Achso, dann müssen wir gar nicht... Ach, bin natürlich. Wunderbar. Das sah lustig aus, aber. Ich hätte mal gern wieder ein Schäfchen oder so. Ist doch schon das Ziel. Das ist ja eben unmöglich. Und ich hätte gerne noch einen Schaf. Ah, das ist ja immer. Hier gibt es auch noch Edelsteinkinds. Da gehen wir gleich hoch. Wir holen uns erstmal unser kleines Geschenk hier ab. Ne, ich hol erst hier noch die Edelsteins. Ich sehe gerade auf dem Super... Ja, Super Speedway ist falsch. Ähm. Auf dem... Ring. Auf Speed. Speed. Ach. Speed. Keine Ahnung. Weiters, O Spyro. Dieses Ungetiefer wird jetzt einen Bogen um meine Felder machen. Kann ich dir eine Belohnung anbieten? Mhm. Yay. Okay. Ähm. Oh, dann fliegen wir jetzt hier rüber. Oh, hier gibt es auch noch so eine komische Flasche. Habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Und mach mal die mal kaputt. Wir müssen nur noch dran denken ungefähr, wo die war. Weil wir werden jetzt hier eh, glaube ich, runterfallen ein paar Mal. Ich fahre immer mit meinem Trecker über den Hof. Aber ein idiotischer Roboter hat den Weg versperrt. Könntest du sie mit einem kleinen Supersprint umhauen? Weg für Treckerräume. Okay. Okay. Näääh. Okay. So, wo ist sie jetzt? Da vorne. Also das heißt, wenn wir jetzt nochmal runterfallen, ist nicht so schlimm. Oh, dreimal. Oh, dreimal. Hm. Wo war der denn? Ah, da vorne. Ah, doch nicht. Na, ich habe auch Glück. Das ist mir zu weit weg. Da will ich jetzt nicht hinweisen. Gut, fast haben wir ja schon mal eine Runde geschafft. Nein. Asozial. Egal. Oh, mein Ohr juckt. Ach. So, jetzt bin ich schon 20 Minuten hier im Level dran. Normalerweise haben wir, glaube ich, immer so ein Level in 15 Minuten abgehandelt. Ich finde das so cool, wenn wir so schnell sind und dann die Edelsteine so lange hinter uns herfliegen. Ich mag das. Was? Wow, Kurve. Man sieht das ja auch nicht. Aber wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft und jetzt runtergelassen. So. Oh, nein. Okay, der letzte Kürbis. The last one. Ich freue mich schon auf die drei Runden. Ich meine, Dennis hätte da auch seine Problemchen mitgehabt. Ah! Das ist so schwierig, ne? Nee, das ist der Anfang. Irgendwo war noch hier. Da kommt die aber gleich noch hin, meine ich, wa? Da stehe die da irg... Da ist da irg... Da oben irgendwo. Was ist das Ding denn? Das ist auf jeden Fall irgends so ne... Der Wipfer hat man da gesehen. Ah, guck mal, dran vorbeigeleuchtet. Das ist glöd. Das sagt jetzt, es falsch ist. Hm, hm. Ah, ciao! Okay. Äh, wir machen jetzt aber erstmal hier weiter. Jetzt haben wir die Edelsteinchen... Eigentlich... Edelsteinchen... Die Edelsteinchen... Aber schon... Mal... Ah, das waren die zwei, die uns gefehlt haben. Gut, dann fehlt uns heute der Konterpunkt und hier die... Murbel... Oder Kugel. Wie man es auch immer nennen möchte. Ich krieg das noch hin. Das Blöde ist halt... Der Grapper verursacht irgendwie... Ein leichtes Delay, besonders bei Playstation 1 Spielen. Auf der Playstation 3. Ich glaube, ich darf doch nicht springen. Das ist mein Fehler. Ja, und ich hab halt dieses leichte Delay drin. Ich hab da ja auch schon die Probleme mit gehabt beim... Beim Schweben. Ach, leck mich doch! Ich bin erstens mal nicht da vorne abgesprungen. Oder ich muss das früher abspringen. Das wäre auch noch ne Idee. Ja, beim Schweben hab ich damit ja auch schon Probleme. Habt ihr ja gesehen bei... Ähm... Jäger. Ein Avala. Ne, Avala ist das... Ganze hier. Dankeschön. Schön gesteuert, Drache. Hier, nimm dieses Zauberding, das ich im Kuhstall gefunden habe. Hm. Hm. Oh, das ist so lecker. Hippi-meh. Ja, hier gibt's leider keine... Ähm... Talismane mehr. Bin ich ein bisschen schade. Weil ich fand, die sahen immer ganz toll aus. Und es war halt was so von wegen... Ja, du hast das Level abgeschlossen. Weiß auch nicht, warum die das jetzt hier nicht mehr gemacht haben. In Winterthundra. Keine Zeit oder so. So. Fuck you. Erste Runde hätten wir geschafft. Hart. Haah. Motherfucker. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt gleich drei Runden mache und dann gibt's überhaupt kein nichts dafür. Das wäre schon toll. Wow! Was war das denn? Das möchte ich aber gleich gerne noch mal haben. Ich habe gerade voll den Puls. Was? Nein! Das war so klar, dass mir das passiert. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.